hallo zusammen oh mein gott was ist in der juwelkerze drin die frage stellen sich bestimmt so einige von euch im heutigen video möchte ich mit euch gemeinsam das geheimnis lüften und endlich enthüllen was sich denn nun in dieser juwelkerze verbirgt und dann im anschluss werde ich auf der seite von juwelkerze mit euch gemeinsam den wert ermitteln so dass ihr live sehen könnt was denn dieses schmuckstück für ein wert hat wie schon gesagt der wert kann so zwischen 10 und 250 euro liegen also ich bin echt gespannt dann würde ich mal sagen schnappe ich mir die gute mal und los geht's uiuiui es ist dann wohl soweit wie ihr sehen könnt ist es ganz gut eingepackt einmal in alufolie und dann noch mal in folie und ja die hände dieser kleine beutel hier ist verschweißt und ich habe ihn einfach mit einer schere aufgeschnitten yay und da ist auch schon das gute stück super süß wie ich finde auch menno wieso musste auch einen blauen stein haben blaue steine sind jetzt persönlich nicht so meins aber sonst finde ich den echt super super süß und jetzt zeige ich euch noch ganz schnell wie man sein schmuck wert auf der webseite ermitteln kann und zwar klickt man in der leiste hier auf schmuck wert und dann öffnet sich dieses fenster hier in dem steht dass im moment noch nicht alle produkte diesen code haben aber bei den neueren kollektionen müsste es auf jeden fall schon der fall sein und dann geht man einfach hier den code ein und klickt auf wert entdecken die spannung steigt und der wert meines juwels ist 30 euro meine damen und herren immerhin immerhin besser als 10 euro oder wenn man das gemacht hat kann man direkt im anschluss des auf facebook teilen und sich somit 15 prozent rabatt für die nächste bestellung sichern so das geheimnis ist gelüftet das ist der ring im wert von 30 euro wie ihr gesehen habt aus sterling silber mit einem royal blauen königlichem steinchen eigentlich sehr schön aber da blaue steinchen nicht so ganz meins sind würde ich diesen ring gerne an einen von euch verlosen und alles was ihr dafür tun müsst ist einfach mein abonnent hier auf youtube sein und mir hier unten in die kommentare reinschreiben warum ich ausgerechnet dir diesen ring zuschicken sollte das war's wäre natürlich auch ein sehr hübsches geschenk für die mama oder tante oder die beste freundin also einfach mitmachen und viel glück also ihr lieben wie ihr seht in der schönen vorweihnachtszeit lauter gewinnspiele wo man hinschaut ein gewinnspiel gibt es in meinem letzten video das verlinke ich euch mal hier oben das zweite gibt es auf instagram und jetzt diesen ring noch separat habe ich ganz spontan entschieden dass einer von euch den haben darf so das war's jetzt auch mit meinem enthüllungsvideo schön dass ihr dabei wart und ich hoffe wir sehen uns bei meinem nächsten video wieder ciao